so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge euro truck simulat und 2 natürlich zum zweiten teil und ich habe festgestellt und ich habe ein letztes video zurück geguckt also zum anfang wir hatten echt eine ganz andere lieferung ich weiß auch warum wir die nicht bekommen haben weil es war frei bier es war eine lieferung am anfang den letzten video war frei bier also deswegen haben wir die lieferung nicht gekriegt deswegen war die weg wer wird denn schon frei bier trinken alkoholfrei ist meine ich alkohol entschuldigung alkoholfrei ist also wer wird das trinken und deswegen haben wir die lieferung nicht gekriegt deswegen haben wir die lange lieferung gekriegt jetzt habe ich es verstanden jetzt haben wir liefern wir jetzt hier die computerteile ab haben wir noch vier stunden vor uns ja das ist das kriegt man noch hin naja alkoholfreies bier warum hier lang jetzt haben jetzt wissen wir den grund warum wir den auftrag beim letzten video nicht gekriegt bekommen haben es war alkoholfrei ja normalerweise das video kommt ja jetzt am sonntag hoch normalerweise mache ich dann sonntag um eigentlich ein ads video aber ich wollte das jetzt weil es zwei teile sind wollte ich das jetzt nicht auf nächstes wochenende legen das wäre ja quatsch gewesen oder mehr quatsch deswegen lege ich den zweiten teil jetzt auf sonntag da machen wir nächsten nächsten wochenende machen wir dann zwei ads videos amerika truck similator videos dann gleicht sich das mit aus genau würde ich mal sagen das ist ja licht auf dem kopf habt ihr es gesehen oh gott ja licht auf dem kopf schade oder oje ja wie gesagt da machen wir nächstes wochenende dann halt zwei amerika truck videos mal gucken jetzt soll ja auch mal ich glaube die dache werde ich jetzt auch mal hochladen werde ich vor ort vier mal wieder mal ich habe es mal wieder angespielt weil ich habe da kleinen hype jetzt drauf wieder auf folgert 4 habe ich schon ein paar videos gemacht ich weiß noch nicht wann und wie ich so hochladen auf die dann in der woche als zweit video kommen mal gucken weil ich denke mal farming simulators sollte ich weiß nicht ob ihr es anders denkt als haupt video lassen dass ich da immer jeden tag ein video hochladen und ich werde heute mal eine neue karte angucken da haben wir ja bei der alten karte neverland jetzt keine aufträge mehr haben so großartig nicht mehr haben bis auf noch den schweinestall schaue ich mir eventuell vielleicht noch eine neue karte an weil ich kommt am montag neue karte müssen wir mal gucken vielleicht kommt montag eine komplett neue karte ich guck mal war schon wieder zu schnell muss ich ja nicht liebts abbiegen warum sagt helgern ist das war wohl jetzt sehr kurzfristig helgern und wie gesagt war jetzt zu den punkts gibt es war ein alkoholfreies bier was wir fahren sollten was macht der der hier hallo beschleunigungsstreifen fahrt doch mal davor junge was macht denn der ach er hat es mitbekommen der hält ja hier einfach ein mit das so kunde warum das jetzt ja doch ich lasse mich doch alles rollen steht er da hinten oder stand dahin und wie gesagt ich würde das ja auch mal gerne bitte ein go-op spielen ohne speed fall aber das hat mit stefan noch nicht so wirklich hinbekommen bitte links uiuiui 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 vielleicht bekommen wir das mal hin das wäre nicht schlecht das wäre nicht schlecht mache ich helgern uiuiuiui Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. weh da wollte rüberziehen junge erschreckt mich noch nicht so meine güte er mich erschrocken da wollte rüber ziehen ich habe es gesehen es ist es 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 Elefantenrennen! Elefantenrennen! Ich glaube, die Autofahrer hinter uns kotzt. Naja, mir egal. Ich fahr 3 km mal schneller. Ach, da bin ich da, oder? Nö, tut er nicht. Sah fast so aus. Das war Elefantenrennen. Wie war denn das? Es war, glaube ich, ein Überholvorgang zwischen LKW und LKW. Das waren, glaube ich, 90 Sekunden. Was länger als 90 Sekunden dauert, wird bestraft. War das nicht so? Ich glaube schon. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geguckt. War das 90 Sekunden? Naja, man weiß es nicht. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Aber ich glaube, 90 Sekunden war das, wenn der LKW LKW überholen soll, was drüber hinausgeht, wird, glaube ich, bestraft als Elefantenrennen. Also, nicht, also jetzt nicht, die Polizei sagt jetzt nicht, ja, Strafe als Elefantenrennen. Nee, das wird, glaube ich, bestraft irgendwie. Also, wie gesagt, 90 Sekunden länger darf der Überholvorgang nicht sein. Ich glaube, das waren... Ich glaube, das waren 90 Sekunden. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts zu Beginn. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, das war zu fest in der Bremse. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. 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 Oh mein Gott, das wollte ich nicht, die reifen, die sind eh schon kaputt. Du machst Schluss, Helga. Helga, du machst Schluss? Echt jetzt? Helga macht Schluss mit uns. Es ist vorbei, sagte Helga macht Schluss. Ich weiß noch nicht wohin. Also hier spontan, aber ist er nicht. Ja. 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 Ich wollte es nicht. Das wollte ich nicht. Ach hier, okay. Gut. Oh, alles gut. Motor ist abgeben. Also nächste Runde müssen wir definitiv. Also dann später mal. Oh, ein bisschen Level 41. Yeah. Wenigster Straße wie immer. Naja, manchmal nicht so. Gut ihr Lieben. Ja, da würde ich sagen. Somit bedanke ich mich für euch zusehen. Für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Und viel Spaß bei Eurotaximulator 2. Und auf meinem Kanal. Viel Spaß. Tschü. 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 Tschüü.